hallo und herzlich willkommen zurück bei green hell meine damen und herren in der wunderschönen ich hab's aufgenommen aber sie ist voll und deswegen kam gestern keine folge es tut mir sehr relativ sehr leid es tut mir leid in der letzten wagen die ganze nicht wir haben auf jeden fall wieder was gebaut aber erst mal will ich um heute in den multiplayer modus ein bisschen reinschauen wollen ein spiel beitreten nur direkt mal zahnbelag der Kind doch gut vielleicht hat er ja was für uns so und ja mal gucken mal gucken mal gucken wir warten wir warten ja naja ok so so okay anscheinend hier haben sie doch nicht die haben noch gar nichts ok dann nicht ähm ja achso Damian ja ja aber schluck dir in die okay dann können wir auch wieder beenden ne genau da können wir nochmal bei anderen beitreten Spiel beitreten äh 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 gehen wir mal bei du 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 ne wie heißt der weiß ich nicht mal schauen vielleicht hat der ja schon was ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich du 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 ja da wird man dann mal eben wieder so hat er schon was äh äh er hat schon was ok dann halt nicht naja gut heute haben wir ein bisschen Pech kann das sein ok das kann sein naja guck mal äh Prozent weiter leichte wenn man jetzt ein der und nicht mal verlässt und so weiter hier du du bist es doch ok ne nie ne ... ne 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 gewartet die hat was Prozent wo er das ja ganz schön viel hier schon was er hier hat ja aber er ist ein Stück hat nicht getan so wie es aussieht da soll jetzt nicht da kann man auch nichts machen schule 4k übrigens das wird heute maximal 20 Minuten vor denn ich muss das machen alles hochladen das wird echt schwierig Prozent Prozent die und deswegen kann das jetzt mal so eine Folge werden die nicht so lange geht um aber ich hoffe dass kein Problem nicht weiß nicht oder wollen wir heute einmal nur mal so eine Multiplayer Modus äh Folge machen ja komm wir machen heute mal so eine komplette Dings Folge äh ne dort hinten ist der Boyer der Boye der Boye äh kann man hier durch ja das ist ja noch nicht ne die wollen hier anscheinend so ein großes Lager äh bauen kann es sein ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht keine Ahnung schon immer zu hmmm mhm 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 ja toll jetzt guck ich dem zu mhm ja ja perfekt ja mhm 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 toll uch nein eh eh hier ja ja toll was die da machen echt toll das bestand man echt gerne mh naja naja hier sind Knochen dort ist ein Wunderwunderschöne Knochen Wunderwunderschöne Knochen Wunderwunderschöne Knochen ich hab kein Plan ich hab kein Plan hm hm «Tschöne Knochen 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 »Hink« »Munderschöne Knochen Knochen, Knochen 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 »!« irgendwelche Sachen machen keine Ahnung da haben sie auch noch so ein komisches Teil was für die er hat der schon so groß ist wir können ja mal schauen was wir so hier haben Knochenhaar oder wir gehen ganz zurück so ja Langer Stock oder Langer Baumstück und ein Seil das muss man jetzt eine Knochenaxt Knochen-Sperr Aha Aha Tabak, Menge, Mäntel Ok was haben sie hier Aha Rahmen die haben ihnen schon ein bisschen mehr wie ich wohl ne doch nicht dem Spiegel dem Spiegel ja ich toll ja 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 ich würde dann aber sagen das war es heute auch schon bei dem Video es tut mir sehr sehr leid dass gestern keine Folge kam und heute nicht mehr geht weil ich musste nur hochladen und ab 7 Minuten kann man nicht mehr hochladen es tut mir sehr sehr leid ähm morgen geht es nochmal weiter das verspreche ich euch morgen kommen täglich ungefähr 30 Minuten folgen äh das verspreche ich euch und ja genau dann würde ich sagen äh hab noch einen wunderschönen Tag lasst gern ein Like da Abo dies da bla 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 und dann würde ich sagen das war's mit dem Video ich bin Sean und sage tschau tschüss und auf wiedersehen tschabi